Guten Morgen, liebe Magda. Morgen. Wir haben ja beschlossen, einmal die Woche eine Goldfisch-Sitzung zu machen. Hab gehofft, hast du es vergessen. Nein, und, ähm, genau. Deshalb hab ich mir gedacht, wir könnten hier am Nachmittag gemeinsam was unternehmen. Habt ihr zum Beispiel Lust, etwas zu kochen? Ja. Ja? Hey Siri, bitte weck mich in einer Stunde. Wer von euch weiß zum Beispiel, wie man Polenta macht? Franzi. Ein Pferd. Ich will auf ein Pferd reiten. Auf gar keinen Fall. Doch, Franzi, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Äh, ich müsste das aber allerdings erstmal mit Frau Zetsche besprechen. Aber finde ich total gut. Raymond, worauf hast du denn zum Beispiel Lust? Zeig doch mal. Hoppala. Entschuldigung. Sag mal schnell, der, morgen kommt der, der, kommt der Frau Schmitz. Ja. Ähm, wir müssen auch gar nicht kochen. Also, wir können auch irgendwas anderes machen. Ich will aber Pferd. Machen wir so? Also, wir können jetzt das. Ja.